Gehalten werden Gehalten werden ist eine essentielle energetische Urheiltechnik, die moderne Menschen in der Hektik und im Chaos der Welt vergessen und verlernt haben. Wurdest Du schon einmal liebevoll und bewusst gehalten? Ob Du Dich an eine konkrete Situation erinnerst oder ein generelles Gefühl, ist nicht so wichtig. Ich bin mir sicher, es gibt eine besonders angenehme Vorstellung des Gehaltenwerdens in Deinen persönlichen Vorstellungs- oder Erinnerungsbildern. Eine Seele hat Dich gehalten, sei es während Du noch im Mutterleib gelegen hast oder bei Deinen zahlreichen Erfahrungen und Erlebnissen mit den unterschiedlichsten Menschen in Deinem Leben auf Gaia. Kannst Du Dich erinnern und dieses ganz tiefe Gehaltenwerden in Dir spüren? See kann genau dieses Gefühl vermitteln, wenn einer der beiden energetischen Heilpartner hinter der anderen Seele sitzt oder liegt und die Arme locker und leicht herumschmiegt. Sowohl für die empfangende als auch für die gebende Seele darf es sich liebevoll und kuschelig anfühlen. Die empfangende Seele kann, wenn sie das möchte, Dinge sagen, die ausgesprochen werden möchten, wenn es ihr bei der inneren Verarbeitung hilft. Die gebende Seele hält und schützt nur, sie kommentiert nicht. Sie hält den Bewusstseinsraum und füllt ihn mit liebevoller Herzchakra-Atmung. Das Gehaltenwerden sollte gegenseitig ausgetauscht werden, damit es nicht zu einseitigen Energieflüssen kommen kann. Wir geben und wir nehmen. Wir lassen unser Halten fließen und schenken es uns, um uns zu harmonisieren, um uns innerlich zu heilen.